Bias! Ah! Hihihi! Nein, diesmal zackst! Mach Platz! Mach Platz! Mach Platz! Warte, 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 warte! Vielleicht bekommen wir auch unser spitzhakter Glück drauf! Mein Kampf, Leute, und herzlich willkommen zur siebten Folge von Minecraft Fight! Wollen wir uns in Server-Jine? Ja. Drei, zwei, eins, äh! Wunderschön! Noch sind zwei Leute drauf, unser Zuckerrohr. Guck mal, ob unser Zuckerrohr gewachsen ist. Du stehst im Weg, ich kann es nicht sehen. Nee, das glaub nicht gewachsen. Leider nicht. Aber wir nehmen die Folge direkt in Anschluss auf. Und, ja. Zwischendurch haben wir noch mal kurz was geguckt, und... Alle Leute, die jetzt bei mir in den Kommentaren geschrieben haben, öh, wieso ist denn Together schon vorbei? Ich dachte, das soll ein langes Projekt werden, oder... Anderer Kommentar, wann gehst du dann mit dem Together weiter? Der gefällt mir mehr, denn... ...Stogether ist kurz pausiert, für Fight... Yes! Ah! Hihihi! Wuuu! Nein, die waren zu Hause! Mach Platz! Mach Platz! Mach Platz! Warte, 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 warte! Vielleicht bekommen wir auch unser spitzhakter Glück drauf! Hm! Lass ihn mal schnell aufbauen! Was ist denn das? Mann, ey, man sieht halt nicht, was... ...das geben würde. Hast du dich schon hingestellt? Ach! Ich baue hier gerade extra einen Raum, damit wir noch Bücher drumherum stellen können, und du wirst schon was zaubern! Ich stell ihn mal hier hin! Ja, ja, Mann, ich mach mal rein! Hast du ein Crafting Table? Man pack dir mal da ins Loch. Achso, der steht hier vorne. Hier! Hier vorne liegt dein Essen, beim Zuckerrohr. Mein Essen ist nicht so gut. Ach, Mensch, wir brauchen Zuckerrohr um Bücher zu machen! Machst du nicht sagst! Mann, lass mich! Was für Leute, schreib nicht mal bye-bye! Bier, Dias, ich könnte... Ich muss mir ein Dias machen, auf jeden Fall. Ja, ich mach mir auch eins. So, Dias Schwert habe ich. Die, du. Okay, ich grad mich noch bisschen weiter hier. Vielleicht sind die ja noch Dias. Okay. Hast du jetzt doch schon abgebaut? Ja. Oh, so. War ja versaubert. War vielleicht nicht die Glücksaktion, aber was soll man machen? Ich bin unter Druck, ja. Nicht schlagen. Warum nicht? Oh, hier ist noch ein Spawner. Nice. Skelette? Ja. Dann können wir das schön. Au. Sorry. Oh, Goldapfel, beinahe. Nice. Ich habe ein bisschen viel Erde. Noch ein Name Tag, cool. Und ein Brot für den großen Hunger. Können wir es gebrauchen. Nimm dir doch den Eimer mit. Ja, den habe ich da gerade... Nee, irgendwas habe ich gerade kurz reingelegt. Die Fackeln habe ich kurz reingelegt. Ähm. Vorn auf meinem Zuckerrohr liegt immer noch dein Essen, falls du es nicht aufgesammelt hast. Ich habe es aufgesammelt. Gut. Das ist super. Ansonsten würde es irgendwann die spawnen. Au. Blöde Skelett. Hör auf mich zu abzuschießen. Hm. Daulich mal wieder on point. Selbstverständlich. Und heute kann ich es noch nicht mal auf die Uhrzeit schieben. Naja, noch ziemlich früh. Alter. Wir müssen nicht mehr sneaken. Wie entspannt. Und... So. Jetzt bleibe ich mich jetzt wahrscheinlich komplett... Ah nein. So kräftet man Pfeile. Genial. Hab 16 Pfeile. Hm. Hab 11. Au. Warum greifen wir eigentlich mit dir das Schwert an? Ich bin im Dunkeln. Und mein Eisenschwert schon weggeworfen. Ich glaube... Auch... Ich glaube... Mir steckt ein Pfeil im Gesicht. In der Nase. In der Nase. Ja. Das stimmt. Hu. Also. Hu. Das sieht toll aus. Vom Pfeil erstochen. Habe ich eigentlich noch einen alten Bus. Weg damit. Oh. Gut. Okay. Ich habe auch voll Bock meinen Bogen zu verzaubern. Ich versauber den. Oh. Ich auch. Nein. Lapis braucht man ja nicht. Nein. Stärke 1. Ja. Wozu sammle ich denn die ganze Zeit? Lapis! Äh. Weiß ich nicht. Er ist ab der 1. Ähm. Achis oder 1. 9 war es glaube ich. Hollande. Hast du dein Diaschwert schon verzaubert? Ne. Hab ich das nicht noch nicht. Okay. Guck mal hier. Kommen gleich 11 Lapisblöcke rein. Oder. Wir bauen damit was cooles. Nein. Lapsblöcke. Ja. Ähm. Stärke. Sehr gut. Hier sind wieder ein paar Skelettere. Weg mit euch. Dankeschön. Und. Mit 16 Feindes lässt sich schon leben. Hm. Da kann man. Come on. Oh. Wisschen was ausrichten. Feindes lässt sich schon leben. Nein. Nämlich. Stärke. 1. Okay. Ähm. So. Ich habe mal unseren Verzauberungslosch ein bisschen gestärkt. Hm. Bogen. Bogen. Ich könnte 6 Level auf den Bogen raufhauen. Was habe ich zum Beispiel gemacht? Das Beste wäre natürlich, wenn wir Unenklichkeit raufbekommen würden. Was erlegen der. 4. 6. Ich glaube. Ah. Da war gerade 7. 7. Ich nehme mal 7. Power und Unbreaking. Ah. Schade. Hilfe. Ich habe mich mal wieder verlaufen. Komm einfach. Ah. Zu meinem Namen. Und zum Skelett. Gut. Mann ey. Dann biegt man einmal. Die Gasse. Rechts ab. Und dann ist man weg vom Fenster. Da. Einmal hier. Aber Steaks. Und dann rein. Ich mache das erste Skelett kaputt. Das zweite. Schießt mich ab. Ich mache das zweite Skelett kaputt. Das dritte. Schießt mich ab. Schießt mich ab. Aber genau in dem Moment, wo die davor umgefallen sind. Warum? Wie war das? Pferde mit. Äh. Pferde sind verboten, oder? Pferde sind verboten, ja genau. Pferde sind verboten, ja genau. Mann. Hm. Das Pferde sind verboten, ja genau. Das ist aber echt so. Wir kommen mit. Naja. Ich habe halt zwei Name-Tags. So. Ich habe mich jetzt wirklich verlaufen. Ich weiß. Wo du bist. Wo bist du denn? Meine Ahnung. Ich bin irgendwann gegangen. Wir wollen auch diese Folge sowieso noch weg, oder? Ja, eigentlich schon. Dann. Ah, ich sehe dich. Kommen wir zu den Kameraden. Minus 830. Minus 710. Minus. Minus. Ich bin ein bisschen weiter unten als du. 830. Und was? Bun of Arturptiv, oder so. Was ist das? Weiß es nicht. Ich glaube, das ist nichts Gutes. Sag mal, hast du noch Strings? Fäden? Ja, tatsächlich. Sehr viele. Kannst du mal zu mir kommen, oder so? Oder mir irgendwie den Weg zuweisen? Ich sehe dich tatsächlich nicht. Warte. Ich laufe irgendwie gerade unter dir lang. Guck mal. Bin gleich bei dir. Bin unter dir. Ah, da. Oh, okay. Kommst du her? Mann ey. Ah, komm. Ja, komm durch die Erde durch. Okay, wo war der Versauberungsstisch? Folge den Fackeln. Und fall nicht in die Lava. In die Lava. Nicht in die Lava. Folge in den Lava. Oh Gott, deutsch. Folge in den Lager. Äh. Okay, ich hör auf. Das letzte war tatsächlich ein Zersprecher. Das letzte war tatsächlich ein Zersprecher. Mhm. Okay. Wollen wir hochgehen? Sogar auf Erfektion. Oh ja, verzaubern. Oh ja, verzaubern. Die erschwert. Ab auf Level 6. BAN! Ist das gut? Das ist das schlechteste Waffen man bekommen kann, ja. Guck mal für dich. Falls du Gold hast, oder Eisen, packt es mal in die Öfen rein. Oder Federn, wirf mir die mal zu. Äh. Federn, ups. Ja, Fäden sind auch gut. So. Hast du keine Feder? Ah. ALTER! Weißt du, wie viele Pfeile wir machen können? Ich lauf erstmal vom Crafting Table weg. Rückstoß, ALTER! Ich bekomm nur Crap hier drauf auf die... Scheiß. Ich kann keine Pfeile mehr machen. Mir fehlt's an Sticks. Hahaha. Geil, ey. So. Sticks. Flint. Federn. Ich hab 49 Pfeile. Perfekt. Oh, vielleicht gibst du mir was ab, danke. Dia Brust verzaubern. 5... Soll ich ein Buch verzaubern? Wie? Mit Amboss irgendwie. Wir haben noch keinen Amboss. Wie viel Eisen hast du? Protection, Unbreaking und Dornen! Alter! Dornen auf die... Dia Just Plate. Irgendwie viel... Welches oder wer hast du verzaubert? Äh... 6. Jetzt hab ich noch 7. Schutz. Okay, Schutz ist aber auch gut. Okay, dann nehme ich... Äh... Versuche ich hier nochmal Schärfe. Sieben Komma. Okay, dann trebe ich damit. Oh, noch mehr Pfeile. Mach mal Pfeile. Ich mag die Skelette. Mhm. Efficient, so. Okay, wie viel Gold haben wir? Okay, wir müssen einfach einfach noch was braten hier. Dieser Pfeile im Gesicht, der stört. Wie viel Aufnahmezeit haben wir noch? Also was schon hat, ne? Hm. 4 Minuten 39. Okay, dann lass uns gleich alles Gold nehmen und so. Mhm. Und dann... Let's go. Und am besten auch ein paar Pfeile geben, ne? Ähm... Juck, ich... Hast du vielleicht noch Flint? Feuerstein? Flint, Flint, Flint... Nee, hab ich nicht. Ähm... Geht das auch so? Ja, gut. Ich... Ich mach mir mal noch zwei Bögen. Ne, wir haben ja keinen Amboss. Ah, Mano. Bogen. Nochmal Level 6 auf den Bogen. Kannst du machen. Ich hab zum Beispiel Stärke darauf bekommen. Power. Ja, dann hab ich Power 2. Das ist auch okay. Dann mach ich jetzt einen Amboss aus unserem Eisen. Mhm. Bogen und Bogen. Ich brauch 8 Level. 8 Level, dann bau den Spawner doch ab. Ich hab nur 4. Ja, du hast ja den Spawner. Gib mir einfach die Level. Öff... Würde ich gerne, aber kann ich nicht. Ähm... Du wolltest Pfeile haben, oder? Ja, ich möchte immer noch Pfeile haben. Gib dir mal einen Haar-Stack. Ich hatte gerade tatsächlich einen Stack voll. Boah. Alter Vater. Also, äh... Sorry an die Leute, die wir angreifen. Ihr werdet weggespampt. Äh... Ich war mal auf einem damals großen, bekannten Server in einem Clan, der nannte sich die Bogen-Profis. Nicht ohne Grund. Ich habe bei Red Wars jeden runtergesnipt. Die Leute hat's abgefuckt. Ich hab's gefeiert. Okay, ähm... Wollen wir uns langsam auf den Weg nach oben begeben? Versprichst du mir, dass ich von Level 6 auf Level 8 komme, wenn ich den Spawner abbaue? Nein. Du kannst aber... Ähm... 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 Äh... Dann kannst du dir noch eins machen und das dann notfalls zusammencraften. Oder einfach dein neues nehmen. Ja. Dann baue ich den Spawner jetzt einfach mal ab. Mach das. Was? Ich lass dich dran. Gönn dir. Ich bin tatsächlich schon Level 8. Und jetzt... Zehn. Perfekt. Ähm... Dias und Sticks liegen auf dem Weg. Kannst du dir noch einen neuen machen? Ja. Acht. So, bitte. Gib mir etwas Gutes. Level 1, Level 1, Level 1. Level 2 verzaubert. Ja, schärfe Gang. Was? Namen geben kostet... 7... Level? Auch 8 Level, ey. Hä? Hä? Was denn? Hä? Was denn? Bei mir sind gerade Level weggepackt. Was? Ich habe 2 Level. Soll ich kurz reconnecten? Nee. Ich habe nur noch 2 Level. Warum hast du denn... Hast du das ausgegeben? Eigentlich wollte ich die zusammenfügen. Darf ich noch einen Redstone oder einen Kolo oder sowas abbauen? Äh... Jetzt ist hier nichts mehr. Hier hinten. Ist das nur ein Anzeige-Bug? Okay, es war nur ein Anzeige-Bug und Serverfehler. Ah... Die Zeit wird langsam knapp. Ja. 42 Sekunden. Oh mein... Muss groß. Das... Und das... So, jetzt hat es funktioniert. Ähm... Wie viele Level hast du noch? 2. Okay, schade. Ah, da packe ich jetzt erstmal unser Schrott rein, dass wir sie nicht mehr brauchen. So... Neue Sticks. Noch eine Spitzhacke. Axt. Spitzhacke. Pfeile. Lava. Ah... Ah... Okay. Dann würde ich sagen... Das war's für die Folge. Wenn sie euch gefallen hat, lasst ein Like nach oben da. Für alle, die immer noch nicht abonniert haben, abonniert doch einfach endlich! Und... Bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!